Sie brauchen eine eigene Praxis, damit die Patienten zu Ihnen kommen können. Wie diese hier. Ich? Oh nein, 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 ich könnte mir nie im Leben einladen hier am Platz. Wie toll das wär. Einladen hier am Platz. Na, das wäre die Gelegenheit für einen aufstrebenden jungen Mann. Einladen hier am Platz. Mein Name an der Tür. Gilbert Schilvers. Spezialist für Füße. Einen Laden hier am Platz hatte ich immer im Visier. Die Lage ist einmalig, verträumt doch mittendrin. Ein hübsches Ladenfenster, da kommt der Tresen hin. Wovon ich geträumt hab, der Laden hier, er hat's. Das ist er. Mein Laden hier am Platz. Hammer, Zeh und Spreizfuß, Hornhautinfektion, da hilft nur der Fachmann. Gesundheit ist der Lohn. Falsche Hausrezepte sind dann für die Katz in dem Laden hier am Platz. Nagelbettentzündung, oi, eingewachsener Zeh. Tretet ein, ihr Leute, bald tut's nicht mehr weh. Schrunden, Blasen, Warzen, schlimmer Pilzbesatz wird geheilt. Bei mir am Platz. Denkt nur der Schmerz, den ich erspar. Ich hab so viel im Repertoire. Ich führ nicht eng lang zurück ans Licht. Aber ich tue's, ich heil den Fuß. Puder Balsam salben, nein, kein Fußproblem, kann ich nicht beheben. Ich kenn jede Creme, Bimmstein und Skalpelle, Pflege ohne Harz in dem Laden hier am Platz. Joyce, komm schnell! Rasch, Gilbert, das ist die Chance. Sag, Mr. Lockwood, dass du seinen Laden pachten willst. Unsere Zukunft hängt von diesem Moment ab. Er hat ja gesagt. Endlich dann wär'n wir Prominent. Das wird sie lehren, dass man uns kennt. Höchste Zeit für die Gelegenheit. Wir sind schon seit Jahren bereit. Wir sind schon seit Jahren bereit. Alle Leute zollen auf dem Höchstverdientribut. Hallo, bist du jeder Freund? Jetzt zum Gehirn, hausgesucht, das sind vorbei. Denn wir am Hauptplatz sind. Alles wird perfekt. Und man zahlt uns Respekt. Mit dem Laden am Platz. Mit dem Laden am Platz.